So, jetzt kommen wir zur letzten händischen Messmöglichkeit, das ist der sogenannte Berührungsstrom, sinnigerweise IB genannt. Wir drücken einfach die Taste und sehen hier, aha, Anschlussbild, rote Buchse. Das heißt, ich muss in jedem Falle mit dem Fühler arbeiten, sprich mit der Sonde. Und dazu haben wir hier so eine exotische Leuchte genutzt, deren Schirm definitiv nicht am Schutzleiter ist. Das haben wir vorher schon geprüft. So, jetzt drücke ich die Taste Start, Achtung, Abfrage, Prüfling wird mit Netzspannung versorgt, ist ja gesichert, ich sage Ja. So, jetzt schaltet sichtbar ein und ich kriege einen Wert 0,01 mA angezeigt. Jetzt wird intern der Stecker wieder gedreht, ich muss quittieren, dass der Prüfling gesichert ist und dann startet die Messung sofort, spart mir einen Handgriff. Und damit ist die Messung abgeschlossen und zwar in beiden Polaritäten des Steckers, ohne dass ich den selber drehen musste. Es ist eine tolle Funktion, die Fluggeräte eingebaut hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017